Diese Folge wird auf jeden Fall enden, wenn wir die Scherbe haben. Hoffentlich vor 40 Minuten, hoffentlich vor 30 Minuten, denn ich hab zeitlichen Druck, denn ich muss los. Ich hasse das. Dieses, ich muss, 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 muss mich beeilen. Aber erst einmal, hallo derseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Das ist ein Problem, damit werden die Alarmen machen. Naja, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Den Weg brauchen wir vielleicht noch. Zum Verstecken. Coco wieder da. Ja. Das Gemüse ist im Weg. Wir haben noch keinen Alarm gerufen, weil die Alarmleute davon noch nichts mitbekommen haben, so wie es scheint. Dass wir hier rumballern. Stößt leicht. Hat sich verändert, hier ist kein Zettel mehr. Bei allen heißt ja nicht einfach überstürzen. Deswegen kann etwas langsamer sein, schon nicht schade. Nein. Puh, gerade mache ich zeitig. Ist wieder ruhig geworden. Zettel. Munition irgendwie noch? Ich habe den Wasserturm geliebt. Ich konnte allen entkommen. Papas ganzen Scheiß. Ich lese das nicht komplett durch. Der Text ist der gleiche. Letzten Ausflügend Turm. Papa aufgehen. Nicht da. Der Wasserturm ist auf jeden Fall ein Hinweis. Könnte was mit dem Portal zu tun haben. Ein unzureichender Hinweis. In diesem Rüst gibt es zwei Wassertürme. Haha. Wer will uns da sehen? Wir können noch weitere Daten zum Standort des Portals finden. Vorschnell zu raten könnte tödlich enden. Kann ich nicht raten, hinter welcher Tür die Portale sind? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das ausgeht. Du hast Glück und rätst richtig. Oder du rätst falsch und wirst in der Hand verliebt. Übel. Ich glaube Nahkämpfer sind uns her. Ja. Ah, gleich zwei hintereinander. Schade. Er schmeißt das Rotes, der Blaue. Hinten ist ein Alarm, da muss ich aufpassen. Ich könnte den gleich aktivieren. Der ist nicht weit weg davon. Ich weiß nicht permanent. Aber das ist nicht nur die Nummer passiert. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, ja. Ja. Ich shells spacst direkt. Ich� Phil demonsthips auf hab. euch. Oh, scheiße, scheiße. Den Alarm werde ich jetzt aufgeben müssen. Der Alarm ist noch nicht an. Oh, scheiße. Lecker, scheiße. Wir könnten den Alarm gar nicht anfassen, weil sie die Hände voll haben. Ging bisher doch schneller als gedacht, aber ich muss mich danach richtig entscheiden. Komm, geh aus. Stehe ich nicht nah genug dran? Hätte schon längst aus sein müssen. Ich drücke auf jeden Fall die richtige Taste. Ach, der ist... Macht hier schon Alarmgeräusche? Hab ich mitbekommen, dass der angemacht wurde. Aber ist ja verständlich, wir waren ja... Wir waren ja schon sehr nah am Alarm und haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Warum geht denn der Alarm? Warum kann der nicht deaktiviert werden, weil der schon aktiviert wurde? Interessant, dass hier jetzt auch nichts ist. Zwei Stellen, wo nichts liegt. Ich musste ja vorhin was überspringen, weil wir gerade... ...mit anderen zu tun hatten, genau. Was hat's mit dem Zettel auf sich? Das ist nur der... ...den Zettel, den man zuerst finden sollte. Das ist für die kommunikationsgerechte Menschentum, die Quantensignatur des Portals. Man hat immer gesagt, man muss eine Tür wählen. Findet man so das Portal? Eine begründete Annahme. Vielleicht deuten die drei Türen auf drei mögliche Standorte des Portals hin. Ich sollte mehr Notizen suchen. Ich spüre eine Kräutensignatur. Da ist noch jemand. Oh, da draußen. Das war wohl der letzte. Dani, ich weiß dir jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hasse diese Rauchsäule. Meine einzige Aufgabe ist es, Müll zu verbrennen. Ach. Ich hab das vorhin so interpretiert. Ich hasse diese Rauchsäule. Ich hasse Rauch. Ich hab halt Rauch und Müllverbrennen zusammengefügt. Und hab dann gedacht, ich hasse es, Müll zu verbrennen. Also, Biovida ist doof. Weil es gehasst wird. Müll verbrennen. Der Rauch, der da entsteht. Ich hasse diese Rauchsäule. Meine einzige Aufgabe ist es, Müll zu verbrennen. Das ist die einzige Aufgabe. Das ist die Liebe. Also, Rauch wird gehasst. Das Müllverbrennen wird geliebt. Das wird aber noch ein letzter Hinweis. Ich glaub, jetzt kann ich eine Tür wählen. Meinst du? Oh, Dani. Tut mir jetzt schon leid, wenn es zum dritten Mal schief geht. Meine einzige Aufgabe ist es, Müll zu verbrennen. Meine einzige Aufgabe im Leben. Da steht Waffe. Und was bekommen wir? Schimmer. Oh, 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 oh. Bin gespannt. Moment. Da oben ist nichts mehr. Oh, ich wollte eigentlich... ...mal springen. Nicht hingucken, dann wird schon nichts passieren. Nichts Schlimmes. Scherbe. Vielleicht war das eine ganz, ganz kurze Folge. Vielleicht müssen wir hier aber noch länger rumeiern. Seltsam. Ich nehme kein Portal wahr. Es gibt keinen Ausgang. Aber sieh mal da unten eine Scherbe. Schnell, nimm sie. Hm, schnell, nimm sie. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Schnell, nimm sie. Es wird niemals so schnell gehen. Da gibt's da irgendeinen Haken. Ich sammle hier erstmal Kram ein. Vielleicht wird es aber auch ein eindeutiger Hinweis. Schnell, nimm sie. Also, verliere keine Zeit. Ansonsten verlierst du sie. Ansonsten dauert es länger, weil sie dann weiter weg ist, wenn du dir ihre Zeit lässt. Das soll's dann gewesen sein? Kannst du mir kaum vorstellen. Ja, ich hab sie. Sie steht kurz vor der Überladung durch Umgebungsenergie. Oh, oh. PG-240X. Und wo? Vielleicht da? Kacke. Wenn das jetzt deswegen schief geht, das wär kacke. Das wär kacke. Geht das hier? Das ist wirklich wie das PG. Kühlst du das ab? Hä? Das entmehrt sich nicht mehr. Hier ist Zick. Zumindest für die Scherbe. War ja klar, dass es nicht so einfach geht. Oh. Das Scherbending hat das Kristallding hochgejagt. Das sind Spuren des Ausgangs. Dann, diese Kristallding hat der Hinde, dass das Totalmarkt realisiert. Lass die Kristalle weiter explodieren, so kommst du da raus. Kristalldinger. Fachbegriff. Ist da noch Munition? Könnten irgendwann wieder Munition gebrauchen. Ah, es wird warm. Ich bin hier zu warm. Geschafft! Munition, da liegt auch noch was rechts. Kommt zwei an. In Sicherheit, vorerst. Wir gucken nur. Nein, jetzt nicht. Alle weg. Wenn das Ding hochgeht, sind die alle weg. Sehr schön. Ich gehe da jetzt nicht hoch. Da wird schon nichts sein. Nein, wir bleiben hier. Wir müssen weg! Nein, wir bleiben hier. Oh, nein! Riss erneut versuchen. Leertaste. Eindeutig Leertaste. Immer noch Leertaste, aber... Scheißdreck. Kommen wir zumindest bei der Scherbe raus? Nicht nochmal das Giftige. Da ist die Plantage. Okay. Das ist gerade noch zu verkraften. Okay, das ist gerade noch zu verkraften. Und erst lade die Scherbe, bevor sie explodiert. Na los, kühl dich ab! Okay. Hey! Das Scherbending hat das Kristallding hochgejagt. Das sind Spuren des Ausgangs. Dami, diese Kristalldinger verhindert, dass das Fortalmann realisiert. Dass die Kristalle weiter explodieren, so kommst du da raus. Ich werde alle Waffen auf Rot schalten, denn die, die uns angreifen aus der Nähe, die haben die rote Farbe und... Na wobei, Schrotflinten-Leute laufen auch auf uns zu diesem Blau. Weil meistens sind die... In Sicherheit! Vorerst! ...und aus der Nähe angreifen Rot. Was ein Scheiße! So! Kanate! Ah, es war eine Brandkanate, wie scheiße! Heilen! Dani, Dani, es wird knapp! Der schlufflende Mann ist hinter uns! Ja, ja. Muss ich vielleicht wieder abfüllen, entladen. Ist immer noch Feuer. Da war es. Immun heißt das, jetzt habe ich es. Oha! Ja, bin schon unterwegs. Das ist ein Zehner. Immer gut aufpassen! Mhm. Ich weiß, aber ich gehe denen mal lieber etwas entgegen. Bevor die sich ja alle dann um uns herumfummeln. Von hier aus, nein, ich bin nicht dabei. Okay! Wir müssen ja nicht eine bestimmte Zeit hier drin stehen, am Stück, sondern in Summe eine bestimmte Zeit. Sehr schön. Oh, ist jetzt aber weit weg. Ist jetzt aber sehr weit weg. Aber hinter uns ist nichts mehr. Okay, es baut sich bei uns zusammen sehr gut. Und ich dachte schon, hier geht es nicht weiter. Ist es warm, ist es warm, ist es warm. Scheiße. Wieso denn? Oh! Puh! Nein! Ich bin mal dringend, Piz. Scheiße, scheiße, scheiße! Ah, Hilfe, hier! Zick! Hinter uns ist der Typ. Okay, erstmal nachladen, aber nicht so viel Zeit verplempern. War gerade eben schon knapp herzukommen. Ach, ich dachte schon, das ist ja Munition. Das ist bloß was zum Mitschwimmen. Das könnte die letzte Säule sein, oder? Jetzt nicht drauf gehen. Das wäre schön. Nee, jetzt nicht. Oh boy. Ha! Das klingelt noch. Wir müssen noch weiter, oder? Nach oben zum Turm. Nee, da hinten. Kann man da lang? Da kann man lang. Waffen nachladen? Nein. Brauchen eher Munition. Hier schon. Nicht nur Munition. Nee. So ein Aufsteller wieder. Wie kommt man denn da hoch? Bevor die Scheibe explodiert. Nein, das scheitert jetzt nicht daran, dass ich da jetzt nicht sofort hoch finde, oder? Kacke. Hier. Oh. Scheiße, scheiße. Ich hasse das. Karl, ich weiß nicht, es wäre so kurz vor Ende drauf gehen. Danni, jetzt kletter doch mal! Das müsste die Rettung sein, hoffe ich. Geh weg. Anzeige. Du stinkst. Die erste Scheibe ist gesichert. Oi, 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 oi. Okay. Und jetzt? Ich weiß nichts. Oh, der Umgebungsenergie-Sammler ist aktiv. Wenn alle Teile an Ort und Stelle sind, kann ich das Protokoll aufheben und heimkehren. Diese primitive Menschengestalt hat ihre Vorteile. Ja, die primitive Gestalt kriegt Sachen gebacken. Ah, ich kann auf Energie vom Schiff zugreifen. Ich ignorier das einfach. Hahaha. Jetzt bin ich von Mikroorganismen bedeckt. So wie du, Dani. Du weißt, was das ist, Karl. Ja, ich weiß, was ein Schwein ist. Und du bist definitiv keins. Aber ich fühle mich so. Und darum geht es. Nein, es geht darum abzuhauen, nicht ein Schwein zu werden. Es war nicht leicht, diese Scherbe zu bekommen. Okay. Ja. Ich habe dir was gegeben, um deine Verzweiflung zu lindern. Und nun geh. Ich will dieses chemosensorische System ausprobieren. Vergiss nicht, mich zu retten, falls ich sterbe. Die Säckegrüche sind magnetisch. Na ja, Hauptsache. Transistierender Helm. Fraktalbombe. Okay, aber hier kann ich doch rausgehen, oder? Ich gehe erstmal da durch und dann gehe ich raus. Sicher ist sicher. Vielleicht muss ja erst hier nochmal zwischengespeichert werden. Stell dich mal vor, müsste das am Stück machen. Alle fünf Scherben am Stück finden. Bevor wirklich gespeichert wird. Das wäre mies. Okay, dann werden wir hier erstmal Schluss machen. Ich muss mich... Äh, ich glaube du meinst meinem Herzen? Bei welchem Organ? Sei nur neugierig. Suche nach neuen Fahnen in den Rissen. Ach, ich hasse Metaphern. Einfach ein Falsches. Naja. Ich muss mich beeilen, deswegen endet die Folge leider schon hier. Aber ihr kennt das Spiel ja. Und ich hoffe, wir werden uns jetzt einfach... Ich werde mich besser anstellen. Und wir werden hier einfach gut vorankommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Tschüss.